Willkommen zu einem Video und heute reagieren wir auf den neuen Song von Jesus, der heißt Balla Balla, auf seinem neuen YouTube-Kanal, warum auch immer den es jetzt gibt, ja. Hör uns das Ganze mal an, ich bin natürlich gespannt, ja, ich hab gehört von jemandem, dass der Song crazy sein soll, ich bin gespannt, wir gehen rein, let's go. Ich mach den Stop Rapper, mach mal ja nur auf Techno, denn ich hab gehören, du bist geiler bei dir als du, ticke Steine, werfe Steine bei der Sexshow. Nur damit ich Vibe aus dem Dreck hol, von der Afterparty auf die After-Afterparty, Balla, Balla, ich bin Balla, Balla, wir drehen durch bis zum Burnout auf der Kawasaki, Balla, Balla, ich bin Balla, Balla. Obwohl ich nicht mag, ist Go-Go-Bitch in Latex, oder aus dem Darknet, die Drogen auf dem Glastisch, ihr kommt hier nicht rein und wir kommen hier nicht mehr raus, sind bei Solo-Moon auf Liste und... Nee, oder ich hab's ganz oft gesagt, ich mag so, ich mag kein Techno und das ist Techno, ich mag's nicht. Gefällt mir jetzt schon nicht, das Song, schade. Das Sonnenlicht geht auf, komm zu spät zu dem Meeting, es geht nur um Feelings, ich bin jedermanns Liebling, weil Love Rafe die Chemie sind, sie schaffeln, die Ärsche wackeln, das Keter schick fertig schlafen und wenn wir's ins Berghall schaffen, dann endet mein Herz vertappen. Digger, was soll ich zum Musikvideo auch sagen? Das ist aber so Tschüsses, Digger, einfach so alles wieder rauf und runter hier, ne? Ach ja, schade irgendwie. Aber das wird wahrscheinlich, das werden sehr viele Leute hören, das wird bestimmt auch die ganzen Clubs. anlaufen, ne? Aber ich muss sagen, leider, ich hab mich auf einen Jesus-Song gefreut. Jetzt haben wir das bekommen. Und ich bin absolut kein Techno-Fan, wie schon gesagt, ne? Wie findet ihr Techno? Schreibt's gerne mal in die Kommentare rein. Ein Zappel fülle, komm durch den Hintereingang, ich seh auf der Abschlussliste, zu viel Ammoniak, der Laden riecht nach Katzenpisse, lebt die Smartphone-Kämmer, praktisch keine Paparazzis, bitte. Leg die Bahn am besten bis nebenan, ich stell es bei Teleklam, wir treffen uns wie Papa. Du siehst, Emma, zu viel Scammer, du siehst, Teller, und es wird immer wärmer. Aber der Flow an sich ist schon cool, wie er rappt, das hört sich schon ganz cool an, aber dieser Beat, nee, nee, das ist es einfach nicht, ne? Er macht halt wirklich das, worauf er Bock hat, das merkt man gerade sehr, sehr krass. Das gehört, die Frauen sind geiler, weiß, nie, es ist doch. Ich bin Bala Bala. Bala Bala. Gut, yo, hat mir nicht gefallen. Leider. Wie hat es euch gefallen, schreibt es aber gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, lasst einen Daumen nach oben da, abonniere nicht vergessen, checkt die Videobeschreibung mal, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.